Die offene Tür In Deutschland sind Millionen von Menschen suchtgefährdet oder leiden bereits an den Folgen einer Abhängigkeit. Die Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung des PZN Wiesloch bietet umfassende Hilfe bei Suchtproblemen aus einer Hand. Die Tür steht Ihnen jederzeit offen. Es gibt viele Wege, um zu uns zu kommen, auch ohne Voranmeldung. Sie können sich als Betroffener oder Angehöriger zum Beispiel einfach in ambulanten Gesprächen in Ruhe von unseren erfahrenen Fachärzten beraten lassen. Der Kostenträger wechselt zwischen Akutbehandlung und Rehabilitationsbehandlung. Wir helfen Ihnen bei den Formalitäten. Auch in Notfällen sind wir für Sie da. Wir verfügen über das vollständige Leistungsspektrum eines Krankenhauses mit den vielfältigen Facetten einer spezialisierten Klinik. Unser ganzheitlicher Ansatz ist es, den Menschen mit seinen körperlichen und seelischen Bedürfnissen in ein neues Leben ohne Suchtmittel zu begleiten. Die stationäre Betreuung und Versorgung bietet den geschützten Rahmen für die Entzugsbehandlung. Der Entzug bildet die Voraussetzung für alle weiteren therapeutischen Schritte. Die abhängig machenden Substanzen der Rausch- oder Betäubungsmittel müssen erst dem Körper entzogen werden, damit der Patient wieder auf die Beine kommen kann. Hierbei unterstützen wir den Patienten mit einer Vielzahl an individuellen Therapieangeboten aus verschiedenen fachlichen Disziplinen. Die Physiotherapie leistet einen wertvollen Beitrag, um die körperliche Belastbarkeit wiederherzustellen. Die Musiktherapie hilft den Betroffenen dabei, Zugang zur eigenen Gefühlswelt zu erlangen und mit sich selbst in Einklang zu kommen. Eine große Auswahl an alternativen Behandlungsmethoden helfen dabei, die Beschwerden, welche durch den Entzug entstehen, abzubauen. Wer sich für ein Leben ohne Suchtmittel entscheidet, muss lernen, seine Zeit neu zu gestalten und mit Sinn zu erfüllen. Das Arbeiten mit Pflanzen in der Natur bietet hier weiträumige Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Suchterkrankung steht häufig im Zusammenhang mit diversen sozialen Problemen, wie zum Beispiel finanziellen Schwierigkeiten, die dringend geregelt werden müssen. Unser Sozialdienst unterstützt bei Konflikten mit Kostenträgern, Arbeitsämtern und Arbeitgebern und gibt konkrete Hilfestellungen zu Wegen aus der Schuldenfalle. Doch auch nach der Entzugsbehandlung lassen wir unsere Patienten nicht allein. Eine weiterführende Behandlung in Form einer Suchtrehabilitation kann ebenfalls in unserem Hause stattfinden. So ermöglichen wir die umfassende Sucht- und Entwöhnungsbehandlung aus einer Hand. Hier werden die Handlungskompetenzen trainiert und vertieft, die den Weg in das neue Leben ohne Suchtverhalten ebnen. Wir bereiten den Patienten auf die Rückkehr ins Arbeitsleben vor. Vom praktischen Bewerbungstraining bis hin zur Kooperation mit regionalen Arbeitgebern, welche die Wiedereingliederung unterstützen. Die offene Tür – Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung. Die offene Tür – Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung.